Ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier mit den Miniatemen gerade dabei, ihre Festung zurückzubekommen. Und ja, wie ihr seht, da oben krabbeln sie schon herum, haufenweise Dreckskäfer. Und ich hoffe echt, dass wir diese Bieste recht gut besiegen können. Ich werde auch hier ganz schnell speichern. So, perfekt. Und werde versuchen, diese dreckigen Käfer anzulocken. Da sind Eier und so. Alter. Die Munition ist da ganz schnell verbraucht. Na, würdest du nachladen? Okay. Die Waffe ist fertig. Was? Moment. So geht das nicht. Also, laden. Was sind das für eine Kack? Waffe, die ich da jetzt gerade habe. Laden, bitte. Da. Wo kommt die Waffe plötzlich hier? Achso, das ist wahrscheinlich diese komische Dingenswaffe. Die will ich ja gar nicht haben. Die will ich haben. Zumindest die Scharfschützenvariante, wenn es geht. Was habe ich hier noch? Okay. Nicht besonders viel, ne? Mal schauen. Wartet mal kurz. Waffe, Waffe, Waffe. Was habe ich denn noch so? Da hätten wir noch was. Doppelläufige Schrotflinte. Die macht gar nicht wenig Schaden. Die nehme ich mit. Ich werde sie mal mit der austauschen. Nur für den Moment. Und dann nehme ich dabei die hier. So, dann werde ich gut wechseln. Das ist gerade richtig. So. Alter. Da wirst du abdecken. Du saufig. Schöpfig. Schön. Passt. Was war das? Der ist auch erledigt. Wo ist noch eins? Boah, das Nachland dauert 30 Jahre, ne? Passt. Da. Da. Stirb weg. Ich brauche den Nahkampf jetzt. Stirb weg. Ist wir gestorben? Ey, wieso stirbst du denn, du Arschkopf? Der stirbt echt? Das brauche ich nicht. Ich will, dass die alle leben. Ich lade es jetzt so lang neu, bis das perfekt läuft. Scheißen, Dreck. Das passt mir gerade gar nicht. Da muss ich nochmal schnell die Waffe wechseln. Also, Momentchen. Da musste ich mal kurz husten. Entschuldigung. So, das gibt es ja nicht. Also, Queh. Hier hin, ne? Also, 4 ist die. Die hat nur 2 Schuss. Autsch. Die ist halt auch nicht super. Aber dafür macht sie halt grob Schaden, ne? Was ist das? Das war das? Das war das. Ich bin einer gestorben Du wirst du schießen Wer ist jetzt schon wieder gestorben? Sie lebt Lebt 3 1 2 Da fällt schon wieder wer? 3 Waren sie nicht zu viert? Wer ist denn jetzt gestorben? Beziehungsweise wo? Ich sehe das Wo ist denn der Zwerg gestorben? 1, 2, 3 Boah, die Viecher sind heftig Was ist das so? Mir kommt vor, es fehlt einer Da ist er Das ist gerade übel Ich will das Ich will, dass die am Leben bleiben Diese dreckigen Viecher Diese dreckigen Viecher Diese elendigen dreckigen Drecksviecher Ich bin da gerade am überlegen Ob ich mit meiner Power Rüstung gerade antanzen soll Minen legen wäre halt auch nicht schlecht, ne? So Einmal noch Nein Scharfschützengewehr ist halt auch ziemlich schwach, meines Lalalalalalala Gefällt mir gerade nicht wirklich Ich probiere jetzt einfach mal die hier hinzulegen Kann man nicht Wieso kann man keine Fallen hinlegen? Echt Wofür hat man Splitter, Granaten und Minen? Wenn man sie nicht legen kann Das ist bestimmt einfach nur ein anderer Knopf Es wäre schön, wenn der Begriff Querschläger nicht in den Nachhub auftauchen würde Toll, ne? Alter Ich bin da gestorben Alter Ja, das war natürlich super Ich habe den einen jetzt gerade voll ins Kreuz geschossen, ne? Das ist halt echt dämlich Das ist richtig, richtig dämlich Ich glaube, ich gehe mal schnell... Ich glaube, ich gehe mal schnell nach Hause Ich glaube, ich gehe mal schnell nach Hause und versuche die Schrott ein bisschen aufzubessern Einen kleinen Moment Das ist ja unfassbar Ja Ja, du hässliche Töle Geppfui, ey, ne? Sind auch so viele Viecher Und ich verstehe... Warum kann man keine Minen legen? Man kann es sich irgendwie legen, nur nicht so wie man es eigentlich gewohnt ist Das ist echt nervig So Her jetzt Nein Falsch Die hier... Ja, klappe Also Nein Die Doppelläufige, ja Und zwar Modifizieren Modifizieren Die da Warum muss man die anfertigen? Kann man die nicht irgendwie bauen? Bauen Ich muss sie bauen, ne? Aber dann ist es sehr blöd im Inventar Ja Okay, die Streuung Dann, was haben wir hier? Nix Dann da? Nix Und hier? Nix Und da? Kalibrierter Verschluss Gewicht Gewicht Präzision und Wert Können wir eigentlich auch nehmen, oder? So Was... äh, nein? Was denn noch? Mächtiges Scharfschützengewehr Improgewehr Was haben wir denn hier? Hier hat der Verschluss Okay Ich hoffe, du findest deinen Sohn Kurzer Lauf Standartkolben Da Nein Nein Nix Mach sie nicht übel Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art Ja Okay, das ist auch in Ordnung Müsste passen Ähm So Das wär halt echt Näh Okay, die Pistole kommt weg Ähm Die Drüse kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Und das kommt weg So Decker Outfit Flaschenkürbis kommt weg Gebackene Dingens Haarklammer Das sind zwei Pistolen Dann Karotte kommt weg So Das kommt alles weg Okay, der habe ich noch Der Mais kommt weg Die Melone kommt weg Der Mob kommt weg Die Mutterbeere Der Eindorf bleibt Das Hirschfleisch kommt weg Das kommt weg Die Toma auch weg Das auch Das auch Das auch Das sowieso Achso Achso, da kann ich den Schrott sofort weg tun Genau Das kommt auch weg So Das unterhemmt die Jeans Die kommt auch rein Gut Ich glaube dann passt das so Puh, ne Das ist eine harte Das ist ein harter Brocken Ich dachte das geht einfacher Brauchst gar nicht glauben Äh Doch Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mittendrin anspawne Weil dann bin ich tot Diese Käfer sind echt ekelhaft Die Machete hätte ich noch schauen können, ob ich die verbessern hätte können Mist, die habe ich vergessen Es ist halt ärgerlich, dass ich diese blöden Minen nicht legen kann Äh, wo bin ich hier? Ähm Ah Ich verstehe Da bin ich, okay So, ein Stückchen hier lang laufen So, ja Das wäre halt echt super, wenn ich da diese dummen Minen legen könnte Das muss doch irgendwie gehen Splittermin Eher zum Ablegen So, vielleicht? Oh Gott Hallo? Der ist auch hin Puh, ne? Puh, ne? Aber, aber Fang nichts an, was wir nicht zu Ende bringen können So Was war das? Was war das? Dann haben wir da den nächsten Stimmt So, was? Der ist auch erledigt Alter 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 Schwede Ihr dreckigen, ekelhaften Scheißviecher Der ist hin Ist jetzt wieder Werksturm 1, 2 3, 4, 5, nein, zur Zeit noch nicht Boah Boah Hallo, schieß! Au! Jetzt geht's los! Mann, das ist wieder die falsche Pufen Ich habe keine Muni mehr Okay, dann muss jetzt mal Warte, dann brauche ich jetzt die Pistole Dann muss die jetzt da her So Verdammt! Scheint, als würden sie fluten Wollen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können Meierlurfs verkriechen sich gerne in andere Gebäude Also, wir machen das wie folgt Du bleibst hier im Ruf und vernichtest alle Eier Ich glaube, es haben tatsächlich alle überlebt Ich bin entzückt Das lief gut Was ballert denn dieser Schwede? Achso Achso So, da drüben Bäm! 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 Dann komm, du auch Eier, alle, alle, alle Eier kaputt, jawoll Bäm! Au! Mistviech Na, mach sie kaputt Alter, ich habe ein Ziel, ne? Na, würdest du? Passt Noch mehr? Da gibt's Was? Ach, hier! So, die ist jetzt auch erledigt Ah! Na, stirb! Du Schirksviech! Das Viech! Was denn? Wo denn? Was zum Teufel war das? Was denn? Kommt da jetzt noch ein Riesenviech oder was? Oh mein Gott! Jeder Schuss muss sitzen! Halt es hier! Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Hm. Mhm. Mhm. Ein Moment bitte. Ich lade mal kurz, ja? Das müsste jetzt... Warte. Das müsste... Moment, wieso... Ich habe doch gespeichert, nicht? Da habe ich nicht gespeichert. Da müssten die vier doch platt sein. Hat nicht gezählt. Das ist jetzt mal nicht dein Ernst. Ich muss jetzt die ganze Scheiße nochmal machen. Ich komme gleich wieder. Ich gehe jetzt Verstärkung holen, jetzt reicht es mir. Jetzt gehe ich die Rüstung holen, ist mir komplett wurscht. Die Bauerrüstung muss jetzt her. Das geht so nicht weiter. Jetzt brauche ich den ganzen Bart für diese ekelhaften Scheißviecher. Ernsthaft. Ich glaube, ich spinne. Alter, her mit der Bauerrüstung. Fusionskerne habe ich, glaube ich, eh genug. Munition müsste auch passen. Für die Minigun und so. Habe ich die Minigun... Warte, die ist, glaube ich, hier... Na, falsch. Natürlich ist es verkehrt. Ja, verlassen bitte. Ach. Na, warte. Halt, stopp. Abbrechen. So. Herrschaftszeiten. Jetzt geht zurück. Hallo. Mein Gott. Na, zurück ist wieder falsch. Ah. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Wie klingt das schon hin? Also, ich brauche die Dingens... Wo ist sie denn? Boah, bis du da bei M bist, ne? Da wäre schon klasse eine Suchfunktion. Niemand weiß, wie das Zeug heißt, das man braucht. Äh... Minigun. Wo ist sie denn da? Die macht nur acht Schaden. Kann man die vielleicht... ...aufbessern? Nein. Nein. Kleber. Wo kriege ich den Kleber her? Ja, ja, schuld. Pass auf dich auf, Schätzchen. Ähm, so. Geht das nicht so? Einsteigen. Fusionskirn. Ja, und jetzt möchte ich aber rein. Geht ja. Oh, ruck. So, jetzt werden die harten Geschütze aufgefahren. So, wo ist mein Pufen? Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Mein Fuß ist kaputt. Warum ist der Fuß kaputt? Toll. Transfer. Warum ist bitte die Dings kaputt? Sonntag. Na ja, was soll's. Ähm, ich brauche... ...die Minigun. Ich habe nur einen Schuss. Fünf Millimeter. Das ist ja kacke. Das ist ja kacke. Ich dachte, die Munition... Das ist eine andere Munition. Das ist natürlich wieder super, ne? Jaja, hör auf zum Jammern. Ähm, was mache ich denn dann? Tja. Ich dachte, ich kann mit dem Zeug da schießen, ne? Und das wird besser gehen. Nachdem ich keine Munition dafür habe, ist das jetzt kacke. Was nun? Was nun? Was hätte ich denn noch im Invent... Also, für Möglichkeiten, sagen wir mal so. Ach, ja je. Na los, Leder Dings braucht kein Mensch. Das ist halt jetzt echt ein bisschen bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich bitter. Na los, Lüstung braucht niemand. Ähm, hm, hm, hm. Habe ich denn keine Waffenherrschaftszeiten? Das gibt's ja nicht. Irgendwas Gescheites, Brauchbares. Boah, drei Jahre später, gescrollt. Lederrüstung, Dingens, bla bla. Da habe ich irgendwas. Gehärtetes Scharfschützengewehr. Das reicht ja nie. Drei, Gewicht wert. Die doppelläufige Schrotflinte, kurz. Ja, nix da. Nein. Ist da überhaupt nix brauchbares? Kann ja nicht sein. Nö. Haben wir nix. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Die eventuell noch Automatikpistole. 14 Schaden macht sie. So ernannte man mich Murphy, die Wahnsinnige. Ja, das kann schon sein. Lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das aber schwieriger. Los, los. Probieren wir es halt einfach mal noch. Probieren wir es noch einmal. Ich... Puh. Das ist gerade eine schwere Kost. Wenn es nochmal nicht funktioniert, müssen wir dabei eine andere Quest machen, weil... Da bin ich dann noch zu schwächlich dafür. Das ist gerade ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich habe mir das leichter vorgestellt. Sehr viel leichter. Na los, hör auf zum Laden und mach hin. Scheibenkleister. Habe ich dann tatsächlich vergessen zu speichern? Ärgert mich gerade. So, da rüber. So. Dann berühren wir es halt nochmal, ne? Wenn ich jetzt Pech habe, freckt mich halt jemand. Komm her, du Saufich, du Elendiges. Wer ist da? So, frei. Los, hauen sie zusammen. Ist einer durch? Mehr Mist, Fink. Was? Ich wusste es! Na, komm. Ich geh weg. Gute weg, ich geh nicht zum Käfer. Was? Das Viech ist erledigt. So, nächster. Hallo. Mach mal die Eier kaputt. Ah, das kann man nehmen. Wie sind wir? Komm, steh weg. Ekel haftet es nicht dich. Das Viech ist jetzt. Passt. Ist irgendwer durch? Nehm du noch alle. Das ist schön. Was war das? Das bist du ja. Shh. Hey, da draußen ist... Ja, weg mit dir. So. Eier, die wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Ja, komm her, du Mistviech. Ja, steh weg. Und steh weg. Jawohl. Nein, was? Gibt's ja nicht. Ich bin echt mit dir. Komm, steh weg. Passt. Komm. Aha, ich höre meinen Herzschlag. Ich muss mich mal voll machen. So. Wie schaut's aus mit euch? Eins, zwei, drei, vier. Alle Minutments leben. Das ist fein. Dann ballern wir den da drüben mal ab. Hat's hingekaut? Was dir gar nicht glauben, oder? Komm. Komm, steh weg. Lasst der's auch hin. Gibt's jetzt noch welche? Mann, ey. Kann ja nicht sein. Nein, wir sind definitiv nicht allein. Ja. Dann gleich mal so ein Stim-Paket reinhauen, ob das hilft. Na los, stirb. Arschloch, Viech. Besser gelaufen als erratet. So. Leben alle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ehrwoll. Wir sind alle noch im Leben. Schön. Jetzt geht's los. Alter. Alter. Was haben wir hier? Einen Stuhl, Schreibtisch. Ausgezeichnet. Ja, Pistolen und Patronen. Sehr schön. Du hast eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffen vorhanden auf plus fünf Prozent mehr kritischen Schaden. Das ist schön. Das ist schön. Ja. Ja. Also, wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eile, was wir finden. Der General muss schäubern die Wände. Ja, Sir. Fang mal los, General. Jeder muss nur sitzen. Passt. Äh, gut. Ist gut. Ist gut. Okay. Ähm, ich tue das jetzt speichern. So, hierhin. Gut. Dann gehen wir da hin. So, weg mit dir. Kack, Viech. Na, weg mit dem Ei. Passt. Dann ist da drin noch was. Glaube ich. Da drüben. Da ist nix. Da drüben oben wahrscheinlich irgendwie, so. Toll. Meine Beine sind hin. Mein Arm ist hin. Was? Wo kommst denn du jetzt her? Alter. Da oben sind ja welche. Mann, ey. Boah, diese Käfer gehen mir am Nerv. Nee, du hast die am Kuchen gebracht, du Mist. Was? Passt. Wenn ich das drehen sehe. Passt. Sturm ist hoffentlich keiner. Arschlochkäfer. Wie zum Teufel war das? Boah, ey. Vor allem dieses Viech, ne? Was war das? Bitte, was? So, das gibt's. Ich seh dich. Das war's dann wohl. Stirb. Äh, ja. Das war... höchstwahrscheinlich... die Mutter, die Königin. von dem Ganzen. Höchstwahrscheinlich. Ja, sie kämpfen schon. Alter Schwede, ne? Ähm. Neuer Spielstand speichern. Jawohl. Boah, da sterben alle Minutemen. Zwischte sind... Ja, wie soll ich... Soll ich... Boah. Ja, wie sollst du das? Boah, ey. Hahaha. Viel zu stark. Die Quest muss ich definitiv später machen, fürchte ich. Einmal kann ich es ja noch von da aus probieren. Ob ich es vielleicht mit einer Schusswaffe hinbekomme. Aber ich fürchte, da sind alle Minutemen hin. Da riefst du nicht einmal was. Ich kriege nicht einmal Damage. Du weißt halt einmal, was da eigentlich Schwachstelle ist, ne? Was denn? Du kackt, Baby. Echt? Alter. Die sterben. Alter Schwede. Ja, keine Ahnung. Ne, das ist noch... Das ist noch zu groß für uns. Das ist noch viel zu groß für uns. Ähm, da gehe ich. Da gehen wir weg. Also, das geht so nicht. Da lade ich jetzt einfach einen Spielstand, bevor wir das Ganze gemacht haben. Also hier. Okay. Und da schleiche ich mich. Also, wir können uns eh jederzeit hier herborten. Das ist eh schon mal gut. Aber da brauchen wir definitiv ein höheres Level. Und, ähm, ha. Ja. Ja. Wahrscheinlich wird es schon mit Level 14 oder so gehen, aber momentan, ne. Also, momentan geht das gar nicht. Dann würde ich sagen, suchen wir uns eine andere Quest vielleicht aus. Oder ich stelle mich halt einfach zu blöd an. Das kann auch sein. Ich denke, der unterwegs war, hat mein Pipo einen medische Funksprung empfangen. Ich sollte ihn mir anhören, um herauszufinden, ob es, ob es, herauszufinden, um was es geht. Und, also, die Freiheit, Dingens, das lassen wir mal. Sonstiges. Erkunde die Combat-Zone. Ach so. Ach so. Ach so, ach so. Ja gut. Das können wir vielleicht versuchen. Die Combat-Zone, die haben wir schon entdeckt. Hier also. Also gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, probieren wir die halt. Ja. Ja, ja, ja. Entschuldigung für den ganzen, ähm, Zeitvertrödel-Dings da. Aber, ja, wie gesagt, ich spiele das blind. Ich, 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 ähm, hab keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das sowas, dieser Käfer sowas wie der, so ein, so ein Troll oder so ein Riese in Skyrim wahrscheinlich. Den wir dafür später massenweise umhauen können, ohne dass wir dabei sterben. Also einfach mal, muss ich ein bisschen Geduld haben, ganz einfach, und dann haut er schon hin. Gut, dann suchen wir jetzt eben was anderes, wo wir hoffentlich vorwärts kommen. Schauen wir mal, ob, ob, ob die Quest hier meinen Qualitäten entspricht. Dam, 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 dam. So, schauen wir mal. Sehr schön. Eine Quest haben wir schon mal abgeschlossen. Wird sich gleich die nächste auftun, wahrscheinlich. Oh, und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ach, du Heilige. Toll, ich hab den ganzen Part... Ja. Was ist denn das? Jedenfalls, ich hab den ganzen Part verdrödelt. Es tut mir leid. Na gut, aber dann beenden wir den jetzt dafür und am nächsten machen wir hier weiter. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!